So schnell kann es gehen. Tatsächlich, der Markt strebt gen Süden. Zumindest war das so das wesentliche Bild, was wir hatten. Hier beispielsweise der S&P 500 dargestellt jetzt als Future. Also bitte nicht wundern, wenn das hier ein bisschen anders aussieht oder wenn ihr vielleicht leicht abwechende Preise habt, je nachdem, was für ein Kontrakt ihr da handelt. Das ist im Moment jetzt der Juni-Future auf den S&P 500. Und da haben wir ja gestern schon drüber gesprochen, dass es ja, oder die Tage jetzt ja häufiger mal, dass das jetzt eben nicht mehr so der Vortrieb ist. Also eigentlich eine Korrektur jetzt ansteht und tatsächlich sieht es ja so aus, als ob wir die jetzt gerade bekommen haben. Also diese Bewegung, die wir jetzt hier haben, als Aufwärtsbewegung mit Abflachung, mit Kurve sozusagen. Manchmal argumentiert man vielleicht so auf diese Art und Weise. Guck mal, das flacht sich ab. Das war für mich immer so ein bisschen ein Hinweis, wenn die Gegenbewegungen jetzt hier so viel überschneidend sind. Auch das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass das eben nicht mehr die Lieblingstrendrichtung ist. Und dementsprechend jetzt gerade die Abwärtsbewegung. Und die Abwärtsbewegung, die ist gar nicht so unattraktiv. Denn wenn ich mir die mal angucke hier im 5-Minuten-Chart, was wir jetzt hier sehen, dann macht das so den Eindruck. Schaut mal hin, das ist eine Schubbewegung runter. Gut, eine Gegenbewegung, das lassen wir jetzt mal außen vor. Spätestens nachdem der Kurs so runtergefallen ist, war uns klar, na komm, das kriegen wir nochmal schöner hin. Also nochmal 1, 2, 3, 4 und 5. So sieht das ja aus. Und tatsächlich, jetzt haben wir hinten einen Schub nach oben. Wenn es jetzt wackelig runterkommt, haben wir gute Voraussetzungen, dass es nochmal weiter nach oben geht. Ob es dann auch schon wirklich richtig weit nach oben geht, das wird noch abzuwarten sein. Aber einmal, also erster Blick gilt jetzt für unsere Nachmittagschwärme am Feiertag, zumindest mal in einigen Bundesländern. Da haben wir eine Chance auf einen wackeligen Rücksetzer, die uns auf jeden Fall dann nochmal in die Fortsetzung hier nach oben nochmal bringen dürfte. Aber jetzt zoome ich mal ein bisschen raus, dann stellen wir fest, das wiederum ist ja wieder nur ein Teil des Gesamtbildes. Wir hatten vorher doch diesen deutlichen Rücksetzer, dann diese Gegenbewegung, wahrscheinlich eine Seitwärtskorrektur, weil die Tiefs hier ähnlich hoch sind, dann sagt man das so. Das heißt, ich hau mal den Nagel in die Wand. Die Chance ist, dass das eine 1 ist, eine 2 ist. Hier jetzt die 3, die wiederum ja 5-wellig nach unten gegangen ist. Jetzt bekommen wir vielleicht hier in den nächsten Stunden eine 4 und anschließend dann nochmal eine 5. Das heißt, es ist noch nicht sicher, dass wirklich alles schon nach unten völlig aufgelöst ist. Im Moment gibt es aber keinen Grund, auf die Short-Seite zu wechseln. Warum ist das nicht notwendig? Naja, gucken wir uns das mal an. Habt ihr so einen Schub nach oben, da muss ich nicht über Shorts im Moment nachdenken. Erst wenn wir wieder Schub nach unten wackele, ich nach oben, dann kann man darüber nachdenken. Aber im Moment gilt tatsächlich, wackelt es runter, dann geht wenigstens nochmal das hoch und das ist ja das, was wir eben gesagt haben. Naja, zack, dann hier die Gegenbewegung, dann der 5-Weller runter, dann nochmal eine A, B, C hoch und dann das. Also das würde alles wunderschön zusammenpassen. Also ihr seht, ich bin noch nicht wirklich davon begeistert, dass das jetzt das Tief ist. Ich kann mir sehr gut vorstellen, einmal tiefer geht noch. Das halte ich für nicht unrealistisch. Und jetzt die Frage, ja, aber wie passt denn das zu dem dann? Dann sind wir ja hier 5-Wellig nach unten. Aber 5-Wellig nach unten, das ist doch doof. Nicht ganz. Und ich mache das Bild mal bewusst ein bisschen größer. Warum ist das trotzdem ganz okay? Wenn ich hier mal anfange zu zählen, dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5 und danach kommt Geschwurbel. Theoretisch müsste das dann doch fertig sein. Ja, es ist durchaus denkbar, dass diese Welle hier zu Ende ist. Und dann haben wir eine A, B, C runter, eine A, B, C hoch und ein 5-Weller nach unten. Und manch einer erinnert sich, 3-Wellig runter, 3-Wellig hoch, stark nach unten. Das ist doch unser klassisches Bild, was wir doch immer wieder als eine Korrektur, das ist immer mein Musterbeispiel, weil ich mache das immer so gerne. Ich hoffe, ich nerve damit niemanden. Aber das sind Korrekturen, die viele nicht auf dem Plan haben, weil die ein bisschen eigenartig aussehen, die aber eben so typisch sind. Deshalb nutze ich das immer wieder gerne hier, dieses Beispiel. Also ihr seht, das, was wir hier im Kleinen haben, was wir im Wochenschart, im Großen hatten, das wäre das Gleiche. Und dann können wir wieder überlegen, na gut, dann schauen wir mal, ob wir die Aufwärtsrichtung wieder richtig aufnehmen, insbesondere mit Schub hoch, wackele ich runter, würde uns dann die besten Voraussetzungen geben. Also vorsichtig vor den Zwischenpullen, das ist noch nicht gesagt. Es gibt natürlich eine Chance, ich will es noch nicht ganz klein reden, dass wir nur tatsächlich das, das und das bekommen. Das ist möglich, Stichwort wäre dann nicht eine Flat-Korrektur, sondern das nennt man Double Sideways, auch die gibt es. Statistisch etwas seltener als die Flats, aber möglich wäre das. Dann bräuchten wir hier einen Schub hoch, hatten wir, wackelig runter, hatten wir. Und dann müssen wir gucken, ob er das weiter fortführt. Wenn er da weiter geht und nicht nach unten, da wird dann entschieden, ob wir dann doch schon wieder auf dem bullischen Arm sind oder nicht. Also ihr seht, das Ganze ist eine mega spannende Geschichte. Ungefähr verorten kann man das jetzt hier beim S&P 500. Wo? Na, ungefähr bei dem Zwischentief. Das ist nicht notwendigerweise, aber das Zwischentief von Waden war das. Nachts am 2. Juni, das war ungefähr beim Future Buy, 4190 in etwa. Also wenn ihr das seht, also dieses Tief, wo haben wir es hier vielleicht nochmal, dass man es ein bisschen deutlicher sieht, dieses hier. Wenn wir die Marke hier nochmal durchstoßen in etwa, dann ist das ein Zeichen. Uh, vielleicht doch wieder long, richtig bullish. Also behalten wir das mal im Auge als vielleicht eine Entscheidungsmarke. So, ich hoffe, dass ich euch damit nicht so sehr verwirrt habe, wie ich euch neuen Input gegeben habe. Aber ihr könnt als einfachste Methode immer wieder nehmen, sucht euch die starke... Nein, das müssen wir nochmal anders machen. Sucht euch die starke Bewegung, wartet eine Schwache ab und handelt in die Richtung der starken Bewegung. Dann seid ihr recht häufig auf der ganz guten Seite mit dabei. In diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute. Ganz liebe Grüße, einen schönen Restfeiertag. Lasst euch das Wetter nicht zu Kopf steigen, wie ich was gesagt habe. Hier regnet es gerade, fängt es gerade an bei warmen Temperaturen. Vielleicht der perfekte Zeitpunkt, um sich mit den Märkten auseinanderzusetzen. Liebe Grüße, bis dann.